Hallo, wir müssen euch heute ein neues, tolles Produkt zeigen, unsere neue 12-Volt-Espresso-Kaffeemaschine. Diese Maschine wurde in Italien produziert, wo man das beste Espresso macht. Wasserquelle, normale Halbliterflasche, kommt hier auf die Seite. Wir können eigentlich jede Halbliterflasche nutzen, mit verschiedenen Arten von Wasser, nach Geschmäck. Spurtenwasser, den ich empfehle. Normale Kaffeepads, kann man in jedem Supermarkt finden. Wir haben so wie ein Handel hier. Wir machen das zu. Und dann, wir schalten das Maschine an. Und wir müssen warten, wie das hintere Knopf, das Licht beim hinteren Knopf ist ausgeschaltet. Das Licht ist ausgegangen. Das hat ungefähr 400 Minuten gedauert. Das dauert manchmal länger. Es hängt auch das Wetter ab und auch die Temperatur vom Wasser. Und jetzt können wir unsere Kaffe machen. Das wackelt ein bisschen, so wie eine gute Espresso-Maschine. Damals der schöne schwarze Kaffee kommt aus. Ich trinke meinen Espresso kurz, kann man auch ein bisschen länger machen. Aber haben wir einen schönen Kaffee mit Schaum, ready to go. Jetzt können wir ein gutes Kaffee trinken. Ah, Paradies. Qualität, gutes Kaffee. Was noch? Wir haben noch eine Halterung dazu. Diese kann man irgendwo auf dem Auto montieren. Und die Kaffeemaschine liegt auf dieser Halterung. Und jetzt können wir die Kaffeemaschine presenter. dann ste father etwasfleischiges oder concept. Hilf Gott, das ist so leicht an dem Kaffee. Vielen Dank.